Und ich sage hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part. Lego Harry Potter. Wie versprochen gucken wir uns jetzt hier mal ein bisschen in dem tropfenden Kessel um. Das wollte ich ja, habe ich ja letztes Mal gesagt, dass wir das heute ein bisschen machen. Ich möchte doch mal schauen, da kann man doch verschiedene Sachen noch machen. Und ich muss doch einmal gucken, was hier noch so geht, bevor wir hier die Geschichte weiter vorantreiben. Achso, aber da passiert dann nichts mehr. Okay, einfach mal gucken, was man hier so machen kann. Ich bin doch ein neugieriger Mensch. Huch, ja, setzt du dich da hin. Okay, ach guck, ja, das hatten wir mit Hagrid ganz im ersten Teil auch schon gemacht. Okay. Alles klar. Ja, das haben wir ja schon eingesammelt. Okay, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Oh. Kabum. Okay. Ach, was ist das denn hier jetzt? Guck mal. Jetzt haben wir es kaputt gemacht, den schönen Tisch. Das bauen wir mal wieder zusammen. Was wird denn daraus, wenn das fertig ist jetzt? Ach, guck mal. Das ist ja cool. Okay. Okay, okay. So, was gibt's denn hier sonst noch so ein bisschen? Guck mal, da oben ist noch so ein blauer... Ähm... Na, mit Haar, ne? War das hier, ja. So ein blauer... Äh, so eine blaue Münze. Ha, na gut. Wir gucken mal weiter. Hier ist noch ein Kerzenständer. Okay. Ja, das basteln wir natürlich auch wieder zusammen, ne? Sehr, sehr schön. Okay. So, jetzt kann man hier noch hoch. Hoch. Oh, das kann man doch... Kann man das hier nicht aufheben? Kann man das mit... Guck mal. Ach, ne, das ist wieder so ein Schloss. Das kriegen wir noch nicht auf. Okay. Da müssen wir dann mal nochmal herkommen irgendwann. So. Und was kann man jetzt hier drin noch machen? Gucken wir mal. Ach, jetzt sind wir in der Winkelgasse. Ja, wie nett. Okay. Dann gucken wir mal. Was kann man denn hier jetzt noch so machen? Ja, Schüler schweben lassen ist immer gut. Was haben wir hier? Münzen. Ah, hier, guck mal. Das können wir noch drehen. Ah, hier kann man auf alle Fälle dann noch Münzen sammeln und so. Das geht auch nochmal. Ja, okay. Aber da fallen nur einmal Münzen raus. Okay. Was gibt's denn hier noch? Was ist hier denn? Na, hier gehen wir doch mal rein. Was ist denn hier? Gesperrt. Okay. Zurück die Rücktaste. Alles klar. Oh, ach, hier können wir die Klamotten aufräumen. Da kann man dann bestimmt hier irgendwelche Bonussachen holen und so. Okay, das ist ja lieblich. Ja, Hermine macht immer... Das ist Herminchen. Ach, guck mal. Hermine, Ballkleid freigeschaltet. Ah, das ist ja schön. Kann man das jetzt hier holen irgendwo? Ich möchte das Ballkleid holen. Nee. Schade. Okay, wir gucken mal weiter, was es sonst noch so für Läden gibt. Was haben wir hier denn noch? Ach, hier ist der Eulenladen. Guck mal. Oh, guck mal, hier ist ein goldener... Ich wollte gerade sagen, ein goldener Stein. Ach, ach, die kann man hier dann kaufen. Oder wie? Auswählen, Eingabetaste. Okay, die sind wohl zu teuer. Äh, zurück. Zurück. Was ist hier denn noch? Ach, guck, hier sind ganz viele Eulen. Das ist ja süß. Kann man hier hoch? Da kann man auch hochgehen. Silhouetten kann man hier holen. Okay, nee, das wollen wir nicht. Also Silhouetten sind diese roten Steine auf alle Fälle schon mal, ne? Nee, ich will, ähm, keine holen. Aber ich will die Münzen einsammeln, auf jeden Fall. Okay, dann wieder raus hier. Okay, da kann ich nichts mitmachen. Alles klar. Ja, ja. So, was gibt's denn sonst noch so? Ach, guck mal, da... Hoch, da können wir hier... Ach, guck mal, mit der Schere können wir auch irgendwas machen hier. Äh, äh... Okay. Oh, da fallen aber... Oh, da kommen aber viele Münzen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, Faschingsumzug, ne? So, was ist hier noch für ein Laden? Was gibt's hier denn noch ein bisschen? Guck mal, irgendwas kann man hier noch holen. Was ist das denn? Okay, und was ist das? Äh, kann ich das hier irgendwie... Wie kann ich denn das auswählen? Ähm... Ach, da. Ach, das sind andere Klamotten vielleicht. Ist das ein Hut oder so? Andere Musik? Schleim? Was gibt's denn hier? Was wollen wir denn mal kaufen? Guck mal, wir gucken mal hier nach den Klamotten, hier. Ähm... Das war auch nicht so teuer. Ja, jetzt hab ich da auf alle Fälle was freigeschaltet. Ach, guck mal, ja. Ah ja, okay, das ist ein Zauberspruch. Dann, ähm, guck ich mal, was der jetzt macht. Das, ähm, interessiert mich ja nun. Was macht der denn? Ähm... So, den hier... Anwenden. Auf... Hermine. Ach, dann kann man da... Hahaha, das ist ja... Das ist ja cool. Ach, da kann man dann ganz viele verschiedene Farben machen. Wie cool. Das find ich ja schön. Die Hose geht nicht, oder wie? Das find... Okay, das find ich ja niedlich. Okay, was gibt's denn hier sonst noch so? Was kann ich hier denn noch holen? Ähm... Keine Ahnung. Das, ähm, lassen wir mal. Okay. Was gibt's denn sonst noch so? Ähm... Das sind Hüte bestimmt. Sind andere Klänge beim Laufen. Das ist... Ach, das sind so, ähm, Spaßzauber. Das find ich ja echt total niedlich. Das ist ja süß, okay. Na, dann gucken wir mal weiter. Was gibt's denn sonst noch so hier in der Winkelgasse? Das wird eine Winkelgassenfeuer hier heute. So. Ähm... Haha, ich kann nicht von den ganzen... Oh nein, ich bin kaputt gegangen. Ich kann nicht von den ganzen anderen, ähm... Ähm... Leuten hier, die Klamotten anders farben. Guck mal. Wie geil ist denn das? Sehr cool. Okay. Kann man hier irgendwie... Ja. Das kann man zusammenbauen. Ah, das ist für Griggots. Logisch, ja. Okay. Oh, da kommen wir mal. Viele, viele Münzen raus. Okay, aber bevor wir da reingehen, will ich erst hier noch gucken. Ja, warte her, Mienchen. Ach, das können wir noch wieder zusammenbauen, wa? Würde ich sagen. Dann machen wir das auch mal. Na los. Ach, komm schon hier. So. Okay, okay. Was haben wir denn jetzt gebaut? Hier auch eine Straßenlaterne. Guck mal. Oh. Sehr gut. Schön. Okay. Was gibt es sonst noch hier? Na, auf der anderen Seite waren keine Geschäfte jetzt, ne? Okay. Hier noch was? Was ist denn hier noch? Kann ich hier irgendwie... Nee, das geht nicht. Okay. Ja, gut. Dann können wir noch mal gucken, was man bei Gringots machen kann. Weil Philipp kann man hier ein paar ganz, ganz süße Gimmicks kaufen, finde ich. Das ist echt sehr putzig. Ähm. Ja, wie soll ich da denn rankommen, ne? Das ist doch wieder hier. Hm. Ach, kann ich eigentlich, wenn ich jetzt hier den Zauber auf den zum Beispiel anwende, und kann ich die dann einsammeln? Nee. Oder? Hätte ja sein können, dass ich so zu meinen Münzen komme hier. Nee, ich möchte hier... Nee. Nee, das geht nicht. Schade. Aber vielleicht, wenn ich Hermine nehme, ne? Das könnte... Das könnte gehen vielleicht. Okay. Na, da wuseln aber auch so viele Leute rum. Okay. Oh, 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 oh. Guck mal, wenn man was kaputt macht, gibt's hier auch noch was. Ich bin doch immer nicht so der Zerstörer. Aber komm, wir gucken jetzt mal bei Gringons rein hier. Was gibt's denn hier jetzt noch? Oh, cool. Cool, cool, cool. Oh. Ja, das bauen wir mal zusammen hier. Ah, das sind die verschiedenen Falisse. Okay. Okay. Ah, hier, guck mal. Die können wir noch machen, die Fackeln. Sehr cool. Und... Können wir hier was machen? Nee. Nee. Okay, aber das können wir machen. Die Gnome da in den Bildern, ne? Das ist echt süß. Okay. Also, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt bei dem anderen da vorne in die Fackel übersehen haben. Das könnte natürlich... Oh, das könnte natürlich sein. Weil hier sind jetzt wieder Fackeln gewesen. Die setzen wir natürlich rein. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir die da drüben übersehen haben bei dem anderen. Nee. Okay. Dann weiter geht's. Okay. Da sind noch Fackeln. Oh, guck mal. Da ist ein... Ähm... Goldener... Stein hinter, oder? Nee, dafür braucht man 20 Stück, um das machen zu können. Oder wie? Dafür braucht man 25. Ah, vielleicht kann man da in die Türen dann rein. Ah, cool. Cool, cool. Okay, dann gucken wir mal, was dahinter ist. Dann wechseln wir mal hier zu unserem... Ach, können wir da nicht zu wechseln? Zu dem... Können wir da nicht irgendwie rein? Ich, ähm, wollte jetzt eigentlich gerne hier den Gnom nehmen. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen mal. So, dann machen wir mal auf. Gucken wir mal. Ah, jetzt weiß ich auch, wofür man die goldenen Legosteine braucht, siehste. Ach, das kann man jetzt irgendwie mitnehmen. Guck mal. Das macht aber hier mal... Na. So, genau. Das macht mal Harry. Bonus-Level spielen. Ja, den gucken wir uns mal an. Ich muss doch mal gucken, was das hier alles ist. Das wird eine Entdecker-Runde heute. Ich muss doch mal schauen, was man hier alles Schönes machen kann. Ah, was ist das denn hier? Okay. Hier kann man auf alle Fälle... Ach, kann man hier mit dem Bus fahren, oder so? Guck mal. Ha. Wir probieren das mal aus. Huch, ne. Ich will ja hier einsteigen. Kann ich das nicht? Huch. Ähm. Ah, was habe ich hier denn? Was ist das denn? Cool. Ha, ha, ha. Ah, der Meintan-Umhang. Alles klar. Ja, aber die Frage ist, ja... Können wir hier irgendwas... Ne, da können wir nichts mit machen. Können wir hier nicht... Ich würde gerne mit dem Bus fahren. Okay, da kann man nämlich hier bestimmt mit dem Bus rumfahren und die Sachen einsammeln, würde ich wetten. Aber wir sammeln jetzt erstmal so ein. Okay. Oh, hier... Oh, hier kannst du auch wieder viel zerstören. Okay, und basteln und machen. Ah, bestimmt damit man dann da hochkommt. Aber wie kommt man denn da rauf? Ha. Na gut, okay. Sehr, sehr süß. Okay. Ach ja, hier, guck mal. Hier kannst du ja wirklich alles kaputt machen und Münzen sammeln und so weiter und so fort. Aber es sieht so aus, als ob die Münzen aus einem Bonus-Level sozusagen auf ein Extra-Konto gehen, ne? Also, scheint auf alle Fälle so. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Komme ich hier auch wieder raus? Ah ja, guck mal. Level verlassen. Level verlassen, ja. Okay. Also, das gibt's Bonus-Level. Okay. Ja, das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr niedlich. So. Und hier liegen immer wieder Münzen. Ja, die gehen auf ein Extra-Konto, die Münzen, auf jeden Fall. Alles klar. Ich meine, das muss man ja auch wissen. Da kann man bestimmt dann ein paar Bonus-Sachen einfach machen. Das ist ja... Ja, aber das finde ich schön. Das heißt, auf jeden Fall wird das nicht langweilig, ne? Weil das ist ja schon was, wo man dann einfach immer mal wieder was machen kann und neu entdecken kann. Und ja, das finde ich echt cool. Sehr, sehr süß. Okay. Ja, was kann ich hier denn jetzt dann kaufen? Was ist das denn? Ach, da kann man sich die Videosequenzen nochmal angucken. Das ist ja auch cool. Okay. Das finde ich auch gut. Das finde ich immer ganz schön, wenn man die nochmal angucken kann. Also, muss ich ja sagen. Okay, dann gehen wir mal zurück nach Hogwarts und setzen unsere Geschichte fort. Da waren wir nämlich beim Quidditch-Turnier stehen geblieben das letzte Mal. Ja, da haben wir die Fähnchen. Und ich weiß gar nicht mehr, was uns jetzt hier fehlte, ne? Ich hab das mal wieder nicht mehr ganz im Überblick, was wir hier brauchen. Ah, ach so. Oh. Ah ja, die Allraune war hier, genau. Ach so, wir sind ja hier fertig gewesen. Wir haben ja Snape aufgehalten schon. Ja, genau. Geh du mal vor. Aber guck mal. Ach ja, hier steht wieder, hier kann jemand graben. Aber wir haben noch niemanden, der das kann. Also, das hilft uns nicht. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass das dann irgendwann vielleicht mal Krummbein machen können könnte. Also, wäre ja möglich. Aber da müssen wir dann tatsächlich mal schauen, wenn das dann soweit ist. Okay. Ach hier. Ja, siehste, genau. Diese Silhouette. Die Frage ist nur, wo gehört die hin? Was machen wir denn mit der Silhouette? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das habe ich auch immer noch nicht gegoogelt. Ich wollte das doch gemacht haben eigentlich. Aber ich habe das auch total vergessen. Das zu googeln. Tja. Irgendwo muss das ja wahrscheinlich hin. Sonst würden wir das jetzt hier nicht so mitnehmen können. Das muss man wahrscheinlich an den richtigen Platz ablegen. Aber ich weiß halt auch nicht, wo. Das ist halt... Na gut. Na, da kann man die Haare einsammeln. Das ist nicht das Richtige. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Solange du nicht gelernt hast, viel Sandshaft zu trauen, kannst du keinen goldenen Kessel benutzen, ja. Na gut, wir legen das hier mal wieder hin. Und müssen da mal... Da muss ich mich mal noch mit auseinander tuteln. Wir gehen jetzt hier erstmal rein. So. Okay. Müssen wir wahrscheinlich zurück nach Hogwarts. Tja. Ah, wir können die Brücke reparieren. Cool. Müssen wir uns nicht mit dem Besen da wieder rüber wagen. Weil Hermine und Ron können ja noch nicht so... Oh, was ist los? Oh, 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 oh. Nett. Oh, schön. Ja, das ist ja niedlich. Ach, guck mal. Wir haben jetzt Weihnachtsmützen auf. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr gut. Das gefällt mir wieder. Ach, schön. Uiuiui. Hier, du. Kann ich dir hier irgendwas geben? Was ist denn hier noch? Da kann ich auf alle Fälle mal gegenbummern. Das hilft nur uns auch nicht weiter. Okay. Ne. Da kann man nichts machen. Okay. Guck mal. Ach, da glitzert das noch irgendwie blau, ne? Ach so. Da kommen wir dann... Ja, hier wieder raus. Okay. Wohl, hier haben wir gestartet auch, ne? Hier waren wir ganz am Anfang auch schon. Upala. Okay. Jetzt gucken wir mal. Hier können wir noch was machen. Oh, was haben wir jetzt denn? Was hat er denn da rausgeschmissen? Okay. Sehr cool. Okay. Was haben wir hier noch? Den können wir noch... Ja, ja. Wir folgen dir gleich. Wir gucken uns um und dann machen wir hier in unserer Story weiter. Ach, guck mal. Die können wir sortieren noch. Die sind hier noch durcheinander. Ach, guck mal. Was ist da jetzt runtergefallen? Was war das? Okay. Hier. Die machen wir noch auf. Ach, die ganzen Sachen fallen dann aber runter. Also, da müssen wir gleich mal noch runtergehen. Okay. Das war ganz viel zu essen und so, ne? Oh, da sind noch zwei Münzen. Geht mal aus dem Weg, ihr beiden Hübschen. Ihr beiden Süßen. So. Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie runter? Können wir mit dem hier mal quatschen? Der konnte da doch was machen, ne? Ach, ja, gut. Dann geht die Treppe da hoch. Und da oben, da, ähm, konnten wir ja nichts machen weiter. Da war ja abgesperrt. Ach, guck mal. Da oben schläft einer mit Weihnachtsmütze. Okay. Nee, da können wir nichts machen. Okay. Oh. Ja, ich hab gedacht, man kann da vielleicht runterspringen, wo uns die Sachen runtergefallen sind. Aber gut, wir gehen mal hier weiter. Alles klar. Dann. Wandern wir mal hier entlang. Ja. Ha, ha. Na, ich wollte das hier oben eigentlich. Okay. Wir sollen in den Gemeinschaftsraum anscheinend jetzt als nächstes. Aber. Ich guck jetzt hier erstmal noch. Was haben wir hier denn noch? Die haben wir ja schon mal alle angeschossen, glaube ich, ne? Ja, siehste. Das hatten wir noch nicht. Oh. Da, 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 da. Schnell einsammeln. So, das geht nicht auf hier, ne? Oder doch? Nee. Das kriegen wir nicht auf. Das können wir noch machen. Okay. Und die Kiste wahrscheinlich, ne? Nee, aber die Kiste geht nicht. Okay. Ja, aber da ist was drin. Ich möchte es haben. Nee, da können wir aber nichts mitmachen. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal in den Gemeinschaftsraum. Ja, ha. Die Dame sinkt mal wieder. Ach, guck mal. Oh. Das bauen wir mal zusammen. Was ist denn da kaputt? Was ist das denn Schönes? Ach, cool. Guck mal. Ach, cool. Das sieht ja cool aus. Die, ähm, Gringottsköpfe im Gang. Das gefällt mir. Okay. Kann man die hier nochmal... Nee, da kann man nichts mehr mitmachen. Warum ist denn hier Dumbledore so? Mini. Guck mal. Und was ist denn jetzt hier? Hier soll ich... Ach so, nee. Hier muss ich das, ähm, Wort eingeben. Okay. Oh. Ja, hast du ganz toll gemacht. Gesungen. Das Glas ist kaputt gegangen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Oh. 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 Hm. Hä? Ha, ha. Oh. Ha. Ha, ha, ha. Jetzt können wir uns hier entlang. Langschleichen mit unserem coolen Umhang, den wir ja zu Weihnachten von Sirius zugeschickt gekriegt haben. Sehr cool. Das freut mich natürlich sehr. Aber wir werden halte K gedrückt und wähle den Unsichtbarkeitsumhang an. Ähm, ja, das machen wir jetzt hier. Pass auf. Ähm. Na, hopp. Na, hoppla. Na. Ich klicke zu schnell hier. So. Okay. Drücke J, um den Unheil anzuziehen und unsichtbar zu werden. Sehr cool. Okay. Aber ich würde sagen, wir schleichen uns durch Hogwarts. Dann erst im nächsten Part wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ja, vorsichtig und sanften Schrittes werden wir uns vorbeischleichen an dem Hausmeister und seiner Katze und uns beißenden Büchern. Und das wird gar nicht so einfach. Und das wird gar nicht so einfach. Wir حen – oh. Aber da, die sehr. Möglich. Bis bald.